Aber eins hab ich gelernt, egal wie schnell man wegläuft, der Schmerz holt dich immer wieder ein. Seit diesem Zeitpunkt ist mein Leben völlig aus den Fugen gerettet. Was wäre, wenn heute allerletzte Tag wär? Mein Atem aussetzt und abschätzt wie ne Hardware. Was wäre, wenn meine Fehler nie passiert wären? So oft hab ich Scheiße gebaut, ich werd es nie lernen. Dass ich zufrieden bin, auch wenn's gerade nicht leicht ist. Kein Witz bleib ich, auch wenn mein Herz aus Stein ist. Was wäre, wenn die Gesellschaft wieder fair wär? Und die Menschheit hätte endlich wieder mehr wert. Was wäre, wenn könnte ich die Zeit zurückdrehen? Nur für einen Tag, ich will endlich Glück sehen. In meiner kalten Zeit, voller Hass und Zorn, hab ich mich fast verloren. Doch ich schaffe schon. Was wäre, wenn ich meinen Glauben verliere? Pausenlos friere unterm Gift der Trauer, erliege ich meines Ernst. Was wäre, wenn... Was wäre, wenn... Was wäre, wenn... Einfach alles anders wär? Was wäre, wenn... Das Leben nicht so krankhaft wär? Ich frage, was die Zukunft nie mehr bringen wird. Was mir noch gelingen wird, kein Plan. Was wäre, wenn... Einfach alles anders wär? Was wäre, wenn... Das Leben nicht so krankhaft wär? Ich frage, was die Zukunft nie mehr bringen wird. Was mir noch gelingen wird, kein Plan. Hör zu, ich hab's versucht. Und als ich kurz davor war, meine Träume zu verwirklichen, als ich anfing daran zu glauben, dass man um seine Träume kämpfen muss, dass Herausforderungen einen nur stärker machen, da warst du auf einmal weg. Ich frag mich, was jetzt wäre, wenn ich noch mal klein wär, ob ich mit mir selber heute im Rhein wär. Kein Scherz, wär meine Kindheit dann so schön, wie sie war, wird mein Vater sich dann ändern, denn er war nie da. Wo wär ich heute im Leben ohne die Musik, ohne meine Mom und diese Mädchen, was mich liebt? Ohne meine Brüder, die mir jeden Tag Halt geben, kein Scheiß. Homes, danke, dass ihr da seid. Was wäre, wenn sich meine Eltern nicht getrennt hätten? Müsste meine Mom dann heute nicht um jeden Cent kämpfen? Ich kann dir diese Frage leider nicht beantworten, kann dem nicht gerecht werden, was von mir verlangt wurde. Du musst akzeptieren, was und wer du bist, dich nicht fragen, was jetzt wäre oder ist. Nicht vergiss, dir treu zu sein, auf deinem weiteren Weg. Trotzdem frage ich dich, was wäre, wenn... Was wäre, wenn einfach alles anders wäre? Was wäre, wenn das Leben nicht so krankhaft wäre? Ich frage, was die Zukunft nie noch bringen wird, was mir noch gelingen wird, kein Plan. Was wäre, wenn einfach alles anders wäre? Was wäre, wenn das Leben nicht so krankhaft wäre? Ich frage, was die Zukunft nie noch bringen wird, was mir noch gelingen wird, kein Plan. Bis zum nächsten Mal.